Schiff in Sicht Kurs 1 1 U-Boot in Sicht Das ist einer von uns Kurs 1 1 7 Schiff in Sicht Kurs 1 1 6 Schiff in Sicht Kurs 1 1 7 Schiff in Sicht Kurs 1 1 9 Schiff in Sicht Kurs 1 1 9 Schneller, schneller, schneller Achterer Tiefenruder 2, neue Tiefe 1 6 1 Neuer Kontakt Frachter mit schneller Fahrt Auf gleichbleibender Entfernung Peilung 8 2 In großer Entfernung Tiefe beträgt 1 0 Neuer Kontakt Frachter mit schneller Fahrt Entfernt sich Peilung 1 0 5 In großer Entfernung Tiefe beträgt 2 0 Tiefe beträgt 3 0 Fahrt beträgt 1 Knoten Neuer Kontakt Frachter mit schneller Fahrt Auf gleichbleibender Entfernung Peilung 1 1 4 In großer Entfernung Tiefe beträgt 4 0 Tiefe beträgt 5 0 Neuer Kontakt Frachter mit schneller Fahrt Auf gleichbleibender Entfernung Peilung 1 0 1 In großer Entfernung Tiefe beträgt 6 0 Neuer Kontakt Neuer Kontakt Frachter mit schneller Fahrt Auf gleichbleibender Entfernung Peilung 1 1 4 In großer Entfernung Gefe beträgt 7 0 1 1 1 2 2 3 3 3 6 5 6 6 6 7 6 7 8 Christianity Tiefe beträgt 8,0 Neuer Kontakt Frachter mit schneller Fahrt auf gleichbleibender Entfernung Peilung 9,4 in großer Entfernung Tiefe beträgt 9,0 Neuer Kontakt Frachter mit schneller Fahrt entfernt sich Peilung 1,1,5 in großer Entfernung Neuer Kontakt Frachter mit schneller Fahrt auf gleichbleibender Entfernung Peilung 9,8 in großer Entfernung Wasserbomben Äußerste Fahrt voraus Bruder 5 Grad Backbord Wasserbomben Tiefe beträgt 10,0 Fahrt beträgt 0 Knoten Fahrt beträgt 1 Knoten Nehmen Koss wieder auf Bereit machen zum Kurswechsel Wasserbomben Nehmen Koss wieder auf Nehmen Koss wieder auf Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt. Auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 1, 2, 3. In großer Entfernung. Tiefe beträgt. 1, 1, 0. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt. Auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 1, 1, 8. In großer Entfernung. Wasserbomben! Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt. Näher kommend. Peilung 1, 9, 5. In kurzer Entfernung. Wasserbomben! Wasserbomben! Untertitelung des ZDF, 2020